Wenn wir im Leben nicht weiter wissen... Ich liebe Owen. Und du liebst mich? ...hoffen wir manchmal auf ein Wunder. Es ist Alzheimer, Meredith. Ich glaube nicht, dass es das ist. Das große Staffelfinale. Heute Abend heirate ich Owen. Wirf dein Leben nicht weg, Teddy. Können Wunder wahr werden? Es ist kein Alzheimer. Ich fasse es nicht. Das ist fantastisch. Aber was ist es dann? Meine Fruchtblase ist gerade geplatzt. Oh. Grey's Anatomy. Das Staffelfinale. Mittwoch, 20.15 Uhr. Vor 7. Oder schon jetzt vorab. Kostenlos auf Join.